Was hast du ja nicht gespielt? Steifenort Stimmt, Steifenort Am Sonntag gar nichts, aber Luki Ist alles so müh Ich sitze auf der Jellow Was ist der Heck? Ja komm, ich kippe mal Gönn dir Das hat mein früherer Mann gesagt, wir sind nicht so arme Leute Und die Fern ist nicht so arme Leute Das war alles, go Im Endstatt würde ich mal Florian Reale durchzeigen Ja, okay, gelingt Guck mal, kann ich das hier rüberlegen Ja Ist vielleicht ein bisschen geiler Ja Oh, schöne Highland Wahl Go Go Ich fetsche mal Geh links Junge Geil Ich hab für mein eigenes Lande Ich brauch nicht so mehr vor Ah, okay Aber da gibt's gar nicht Oder Ich hab mich sehr verwirrend Das anzuschauen Aber Ich werde das für längst Obersteck haben, natürlich Der schwarzrandige Jussi weiß gar, dass du hast Das ist doch ganz geil Der wollte halt unbedingt, weil der wollte, dass das tischt Eben Ich würd bei Beanstalk spielen Da würd ich reagierend tätig werden Mh 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 Komm ich versuch halt, begegern zu kämpfen Mh 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 K Mh 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 Ich dachte noch mal, es war Forst, nein. Ja, okay. Ja, du. Ich würde gerne einen Red Note legen. Ja. Der triggert. Ja. Auf den Trigger würde ich ihn gerne eine Marke geben und ausfacen lassen. Dann fällst er wieder rein? In deinem Upkeep. Ja, okay. Go. Ja, dann mach du mal. In deinem Upkeep. Ist er wieder reingefaced? Das ist immer noch in meinem Upkeep, wie sie das anhört. Ja, aber reingefaced ist er schon. Ja. Dann würde ich gerne Layline-Buy nicht spielen. Trigger. Ja. Äh, es ist nicht zu meinem Wohlgefallen, aber gerne. Ja, dann ich seuf das mal an. Dann darfst du in dein Trigger wegen mir. Ok. Ich würde gern strudeln. Ja, gelingt. Weg auf da oben, weg auf da oben. Weg auf da oben, weg auf da oben. Es wird fast, siz gerade auf dem Starten. Aufklären! Nein, nein. Da reicht mir ein Brunke an das Schritt. Ja, gut. Ich habe dich, von mir die Brunke an das Schritt dependence. Ja, ich will dich nicht Paris du. Aha. Aber wenn ich trinke mich an. Ja, ja, ja. Oh, Basics. Ich würde gerne mal End of Turn brainstormen. So strudelig aber. Super. Okay, spannend. Dann gehe ich in mein Zimmer. Dann lege ich mal ein Land. Ich fetch mal. Ja. Was brauchen wir denn, Lukas? Was brauchen wir denn? Topiker? Für Ovo-Action? Komm, ich zeig mal schwarzlandige. Die ist einfach. Dann würde ich mal delfen. Das ist die alte. Die sieht nicht ganz aus. Äh, traurig aber in Ordnung. Trigger? Jawohl. Zieh mal, dann brauche ich schon Würfel. Kommt da. Oh, du hast schon. Geil. Ich hab gigantisch. Kommt mit zwei rein. Und dann ist dein Zug. Dann würde ich gerne im Endstep mal noch den Mann reinziehen. Ja, das gelingt. Das gelingt. Eine Handkarte. Bestätige. Mach mal du. Zwei Handkarten jetzt. Ich würde mal versuche End of Third Layline Binding zum Spiel. Der Trigger von meinem Beatsdog. Ich würde gerne Binding Countern. Ja, okay. Aber dann kommt trotzdem wieder. Bestätige. Cool. Dann gehe ich in mein Zimmer. Dann spiele ich mal Flooded Strand. Ja. Combat. Fünf. Ja. Ja. Dann du. Combatare. Ja. Flooded Strand. Ungünstig. Ich kriege ihm meine Leber zurück. Ja, ist doch geil. Ja, du schau mit. Das ist ein wenig schön. Ja. Dann zeige ich dir, was ich statt meinem Potent drin habe. Ich spiele mein Opt. Ich mach's einfach mal hier. Ähm. Gern. Foto. Ciao. Ich konzerte, kann ich es mir gefunden, oder? Ich finde auch keiner einfach. Für den Chat mit den Friedhochläger. Foto für morgens halt. Ach. Ich auch die Foto. Ich fetsch mal. Ich hab auch zwei davon, aber ich werde die Blüten. Nee, warum normale Sachen spiele, wenn man auch pre-modern Staples spiele kann. Eben. Kommt mal so ein... Ja. Mystical Forge. Wie heißt es? Mystisches Heiligtum. Mystic Sanctuary. Mystic Sanctuary. Mystic Sanctuary. Das pack mal das Opt obendrauf. Das habe ich jetzt befürchtet, wenn ich ehrlich sei. Dregel. Dann komm ich mal. For sex. Sex in mein Fresse. Dann du. Dann- Welche Formschöner-Draw-Go. Ah, Luky. Dann zieh mal mein Opt. Dann komm ich mal wieder. Dann du. Ähm. Welche Formschöner noch mehr davon. Okay. das sind magic karte ich möchte ehrlich sein das war jetzt der klang von zuversicht und jacob komm basic basic planes immer dort gibt es ja strudel so strudel Da hat sich schon mal jemand totgestrudelt. Das ist korrekt. Ich würde nur gerne fetschen gehen. Ja, kein Steifel von mir, ausnahmsweise. Ich möchte ehrlich sein, wenig Überraschung macht sich breit. Junge, zweimal Basics, das ist nix. Lukas, du hast doch Dinge mit mir vor. Deine Multiplen Weiß-Landos. Ja, aus den Vorkalorien. Die Multiplen Weiß-Landos. Ja. Droh. Wird gern Bowmaster reinflaschen. Bowmaster möchte gerne in Stays laufen. Okay. Dann würde ich gern mal Bloscher auf dein Gerät machen. Würde ich gerne forsen. Dann würde ich gern Bloscher spielen. Dann soll das so sein. So, hören wir es jetzt endlich. Ich gehe mal auf 30. Oh Gott, auch du. Handkarten. 3. 3. 4 Marken wären es. 3. 3. 3. 4. 4. 6. 3. 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 4. 3. 3. 5. 3. 6. X 1 mal 2. Kommt ein Counter drauf. Soll mir recht sein. Dad, du. Komisch. Ja. sumbek. Da geht leider bei St. Catherine. Irgendwas so schön. Schade. Ich lege mal so eine Plosche hier oben drauf. Bestätige. Dann ist dein Zug. Möchte gerne an. Im Combat. Brainstorm. Plowshares. Du lasterst dann 1-3 Kopien auf den Plowshares. 1, 2, 3. Ich spiele keine 3 Kopien, aber 3 ist gesamtlich. Du lasterst dann 2 hinterher 4 auf den Plowshares. Ja, okay. Normal, normal. Das sieht gut aus. Seins. Fetsch mal. Troopeninsel. Troopeninsel, ja. Ab der Beanstalk. Ab der Beanstalk gelingt. Cool. Dann zieh mal eine Karte. Dann du. Ja. Frigert ja. Würde ich den mal ausfaisen mit Marke. Würde ich am Dace. Äh, suboptimal. Dann stirb der mal. Jop. Cool. Beanstalk. Beanstalk. Äh, gerne doch. Dachte mir. Go. Gürchen. Brainstorm. Ähm, leider in Ordnung. Ja. Ähm, leider in Ordnung. Ja. Da. Ja. Ja, die Linger. Wird ich danach gerne den Uro casten wollen? Ja. Uro kommt, Trigger, Sack, Trigger Bar. Ja. Dann geht Uro. Und dann bin ich fertig. Dann würde ich in meinem In-Step-Gun Blowshare auf deinen Borrow machen. Soll mir recht sein. Ein, zwei, drei. Vielen Dank. Dann zieh einfach mal zu. Mirakologie. Trigger, Trigger. Belgomir. Dann resolve der Gerät. Ich spiel mal Basic Planes. Dann du. Ja. Kernkonform in so einem Spiel. So Tropical wäre ganz geil. Das wäre jetzt gerade von Geschicktheit. Ähm, sei doch du mal dran. 15 Cent. Ja. Ja. Kommt mal, mein Freund. Ähm, möchte gern Bouncen haben. Bouncen? Ja. Ja, dann ist der wohl gebouncen. Ja. Dann. Bouncen. Ja. Ja, da ist ein Sprudel. Ja. 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 Das ist doch. Junge, gleich hast du Quartett. Gelingt. Und dann ist... Deins. Das würde ich, wenn es dir gerne den Morrow reinflaschen. Da würde ich Gun Days drauf spielen. Das ist ungünstig. Cool. Sagten sie Tropen-Insel? Oh. Ja, cool. Das ist eine gute Frage. Kommt drauf an, ob wir sie finden. Hier hat einer eben draufgeprinzelt. Musch die Verstöcke, weil sie weiß, dass nicht ist. Ja, muss ich. Der Übergang von grün zu blau, grün zu blau. Ja, okay. Das ist harmonisch. Ich würde mal einen Dreadnought zocken. Ja. Dann triggert der. Ja, ja. Dann geht der. Mhm. Sehr gut. Dann würde ich danach gerne irgendwo ausbrechen lassen. Ja, das gelingt. Dann geh mal auf 28. Mhm. Zeh einer. Denk kein Lankensspielen, lass dich dran sein. Miraculum. Trigger, Trigger, Trigger. Hau weh, hau weh, hau weh. Hau rein, ran. Das gelingt. Eins. Zwei. Zwei. Wird gern deine Tropical Waste landen. Gelingt's. Dann ist dein Zug in deinem Upkey. Ja, Mann. Ja, Mann. Ich würde gern Layline Binding spielen. Trigger, Trigger, Trigger. Ja, gerne. Eins, zwei, drei. Auf deinen Uro. Dann ist der mal eingeschlürft. Cool. Ich find weniger cool. Ich find weniger cool. Ja, dann darfst du die. Dann würde ich gern in meinen Dostdown. Gönn dir. Die Beat Sucks sind gar nicht schlecht, wenn andere versuchen fairer Magic zu spielen. Wenn man drei Stück hat, sind sie jetzt nicht grad schlechter, wenn wir ehrlich sind. Wollen wir mal erwähnen, dass da auch nicht wo's einer liegt. Neuer Uro. Ja, ja, mach du deine Uro-Action. Eure Dres. Land into the play. Seck into the Uro. Go. Cool. Ah, das hier schön blau-grün ist das mit diesem Enchantment hast nicht zu reichen. Comment. Ja, natürlich. Äh, 5 in my fress. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uro uro. Nein. Und ehh. Und der. Eh. Ich hole noch mal. Ja, natürlich. Also in Fus feel would du den Passett abgeben. Willst du dafür das normale Scheuer? Okay. Unf�. Und dann sag ich Go und Discarte. Live from the Loam und Flottestrend. Ja, lu. Es ist nicht zu meinem Wohlgefallen, was hier passiert. Ich würde gern drei Karten ziehen. Force, Trigger, Trigger, Trigger. Ungünstig, gelingt das. Combat. Ja. Fülle ich mich. Ja, denn du, denn du, den ich brauchst. Fülle ich mich. Ich fertig mal. Ja, das ist leider korrekt so weit. Dann gebe ich meinen Zug ab, ich muss kurz gucken, was ich behalte. Wer kennt sie nicht, die Probleme mit einem 2-Einemeter-Spieler, der gerade 14-Kater-Zucker hat mit Chris O'Brand. Ich wirf mal Layline-Bein gegen zwei Ponder und er fahrt jetzt schön ab und behalte diese sieben Kater auf der Hand. Er hat gerade ein Layline-Binding aus Spoiler-Removal 3000 weg. Das braucht kein Mensch, zieht nur drei Karten. Gut, Sebi, gut. Das ist jetzt ungeil. Ich möchte ehrlich sein mit dir. Mach du mal. Cool. Ihr würd gern in Combat gehe? Ja, natürlich. Attack? Ähm, ich würd gern in Dressdown reinflaschen. Das macht jetzt erstmal nix. Ja. Dann zieh ich von dem Dressdown. Ja. Dann würd ich gern Katharina dismembern wollen. Da muss ich drauf reagieren. Wail of Summer. Ähm, da muss ich wiederum nicht reagieren. Wail of Summer. Ähm, da muss ich noch mal drauf reagieren, ja. Wail of Summer. Äh, ungünstig. Geh link dann leider alles. Dann zieh mal zwei. Ne, ja doch zwei. Dann nimmst du acht. Einigen wir uns auf dreizehn. Dreizehn. Hoppla. Besser als ich gedacht hab. Cooler Punkt. Ich hab zu viel Handkarte. Äh, ich sag mal go, discard mal Zellorian Reveal. Äh, Senses Dives. Okay. Ähm, dass heute irgendwas mal passiert ist pro Format, der die mal zum ersten Mal hat Pondra. Dann muss ich drauf reagieren. Boah, so cool Hardcast 2 ist es. Naja. Orkish Bowmaster. Äh, ja. Ping in deiner Fresse. Ne. Soweit. Ja, dann lag wohl. Ich komm mich drauf drauf. Ich will zeig, was wir machen. Ich muss sie echt auf Karte haben. Ich muss mal tauchen. Da. Ja. Dann resolve das. Dann kriegst du, wenn du drawst, nochmal einen Ping. Dann würd ich gern Fetschen, King. Ja. GG. Okay. Das war, äh, bitter. Ja, das dritte war grad ein bissl arg eindeutig, möchte ich sagen. Äh, sie sehen übrigens alle Basics, die ich im Deck habe. Wieso fetch denn immer so viele Basics? Äh, das war das eine Fetschen, das ich vorher hatte, da kann ich nur Basics fetchen. Ja. Die anderen hab ich genaturald. Okay. Das ist blöd. Das ist echt blöd. Das hast du gekreuzt und quer gebordet. Ähm. Eigentlich nicht nix Schlimmes. Ich hab nur so Fun-Offs gebordet. Die zwei Wähler-Sachen. Und den Leowolt. Ähm. Gerade ne. Ne. Ja. 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 Also wir hätten vielleicht dann weniger schützen können ...